Bei nächster Möglichkeit rechts halten. Hier rechts halten. Hier runter also? Ja. So, Brenner, noch zwölf, ja, Kilometer. Wir haben einen Gegenwind, es soll regnen, aber es wird bestimmt gut. Wir gucken mal. Servus. Servus. Folgen wir den Weg nach 100 Meter. Eingeklickt. Das ist gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 2.82 2.82 2.82 Sind die anderen noch hinter uns? Ja Auf gehts Niemals Halt's Maulk Ja denke ich auch Jetzt geht's los Jetzt muss ich liegen Ja 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 Ries am Brenner Ja 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 Das war's für heute. Als ich die Tour geplant hatte, hatte ich diese Unterkunft für den zweiten Tag. Gasthof Rose? Ja. Ich glaube, das wäre schon teurer gewesen. Genau das Ding. Da wollte ich hin mit euch. Ach so. Wäre auch nicht schlecht. Aber sieht so verlassen aus. Ah, nee, da ist ein Licht. Aber es ist recht nicht. Ja, es ist vielleicht gerade eine Renovierungsarbeit in einem Abschnitt. Oh, das ist ein Energie. Ich will aber einen Kaffee. Lieber Spahn, ne? Der Spahn-Bar. Genau. Ja. Das hier ist ein Jet in Österreich, so wie es ausschaut. Oh, der hat gar keine Nummer. Oh. Oh. Fuck. Oh. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Da oben ist der Brenner. Ja, die Brenner Autobahn besser gesagt. Kalt. Nochmal von nächster Nähe den Abtransport des Baumes. Hier sind die Mitarbeiter in Orange. Ja, und manche schieben hier einfach. Okay. 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 Servus. Servus. Hallo? Ja. 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 Richtig Bremsspur. Kaffee Doris, Doris, Doris. Ist der Ständer hoch? Wie bitte? Ist dein Ständer hoch? Dein Ständer, ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Servus. 50 Meter geradeaus. Danach 25 Meter geradeaus. An dieser Kreuzung geradeaus auf Neustadt in Chetaminoba. Merci. Danke. Oh, welch schönes Panorama. City Nuova. An dieser Kreuzung geradeaus auf Deutschhausstraße. Moa. Ja. 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 Spargelbesotto. Konditoral. Ist auch kein Lecker. 75 Meter an der Kreuzung geradeaus auf Deutschhausstraße. An dieser Kreuzung geradeaus auf Deutschhausstraße. Deutsch. Da rechts bist du mal mit dabei. Barkerie. Scherzig. Und fährt man auch eine schöne Sicht auf die Alpen. Aber erst mal ab dem Tunnel. Wir lesen mal einen solchen Flussspark mit dem Tunnel. Ich muss auch mal. Das ist ein richtiges Ziel, da sind wir auf dem Ziel, aber zu mehreren Daten und Männerbereichen. Ja, 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 das ist nicht gelesen. Das sind 860 Meter links im Fahrradweg voll. Das ist ein bisschen zu tief in der Nähe des Fahrradweg. Das ist ein bisschen hier, das ist ein bisschen zu tief und zu tief. Daher kommt das G press, was ich noch nicht los. Die sind viele Leute, ich weiß nicht, das sind die Team Schallaufgabe, ich weiß nicht, dass wir hier anschauen. In der Nähe des Fahrradweg ist noch mehr und zu viel die Zeit. Das ist ein bisschen zu tief. Jetzt links ab und nach rechts ab und nach rechts ab. Oh, vielaltiger. Jetzt meld's nicht mehr kalt, aber trinkt nur die Schritte. Niederrät Novali di Sotto. Jetzt ist das Niederrät. Ja. Jetzt ist das Niederrät. Jetzt ist das Niederrät. Jetzt ist das Niederrät. Dann ist das Niederrät. Sie sehen uns dann in der Notenbarn. Es ist ein Niederrät. Sie sehen uns dann in der Notenbarn. Es ist ein Niederrät. Wir sehen uns beim nächsten Mal. ist die kette runter oder dann wenn du den hebel zuschlag drückst dann ist das als wenn der zwei auf einmal schalten möchte ja das video und drei japan schuhe an du dich hier hin und hebt mir das fahrrad hoch ist sie echt runter sind doch beiden zahnrädern druck für sich gar nicht machen ja ach da ist sie runter ja solch ein bisschen drehen das pedal herr du arschlo rückwärts ja mal treten aber noch eine rauchen ja ich brauche das jetzt auch wir sind auf aber wir fahren hier weiter Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Varna 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Umleitung. Apfelnussbrötchen. Na, hier geht es ja auch lang. Bei nächster Möglichkeit links halten. Jetzt links halten. Ach was. Gut war ich, dass ich nicht eingeklickt war. Beckenknochen. Gut war ich, dass ich nicht eingeklickt habe. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wo sind wir hier? Klausen. Untertitelung des ZDF, 2020 Willkommen in Klausen. Der Wald ist von der Vogel. Der Vogel. Das kann sich auch alle Fargerlänger nennen. Ja. Ciao. Dankeschön. 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 Sorry. Oh, ein Foto. Gutes Fahrrad. Ja. Ja. Immer noch ziemlich leid schier. Ja. 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 Ja.